hallo youtube hat sie wieder krach hallo youtube willkommen zurück zu it takes two folge wir haben ja gestern die folge hier beendet und glauben ja jetzt kommt ein ringkampf und meine allererste frage hast du grafik wachs das gibt es doch nicht egal ich habe extra grad noch ein grafikkarten update gemacht aber es soll nicht sein es soll nicht sein das gibt es doch nicht der überlebens naja ich würde sagen hey ho let's go ja lebensanzeige du musst als erstes schießen die schießt ganz viel sind schon weniger pass auf ich bin tot ja ja oh ich glaube wir müssen mit diesem sprung ausweichen sonst treffen ich bin einfach immer gerannt also richtig gerannt gerannt ich glaube du solltest erst mal rennen am anfang ich glaube die exterminator es ist euer ernst hier noch ein hammer und irgendwas anderes ich kann nichts machen ich auch nicht okay wir fallen ich muss mir hier noch auf ausweichen oder ich kann schießen ich bin mir wieder zu klopfen du bist eigentlich vor mich ich bin auf sowas gerade überhaupt völlig kommen ich bin auf sowas gerade überhaupt völlig kumpenk ich bin auf sowas gerade überhaupt komplett krank ich bin auf sowas gerade überhaupt völlig krank ich bin auf sowas gerade aufgewandt Oh, wir können hier ein bisschen ausweichen, oder? Oh Gott. Jetzt hast du es aber knapp gemacht. Das war ich jetzt nicht. Geschaffen. Was? Wo schießt der denn hin? Ich weiß. Jetzt. Ich glaube, das muss so spannend sein. Ja, ja, ich glaube auch. Okay. Alter. Äh, cheese. Ja. Ich habe einfach nicht geschossen. Ich weiß nicht warum. Okay, Nova. Ich will nicht hier vor dich. Jetzt wird die Zeit angehalten. Also langsamer. Ja, das hat auch funktioniert. Das ist ja voll wie Matrix hier. Oh, mein Kopf. Oh, mein Kopf. Ähm, Waffe? Ich sehe ganz schlimme Dinge auf uns zukommen. Okay. Okay. Ja. Ha, ha. Ja. Don't we need like, oars or something? Don't need oars, Cody. We've got an engine. We do? Where? It's in your hand. What? Oh. Dann mach mal. Was machst du in der Zwischenzeit? Ich genieße die Aussicht. Also, warte mal. Wir haben eine Lebensanzeige. Da. Ach so, es dreht sich automatisch. Ey, unser Floß-Dingsbums hat eine Lebensanzeige. Warum leuchten die? Ich kann mich wieder schieben. Ich seh nichts. Oh Gott. Ich muss... Hilfe. 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 Verdammt. Wo müssen wir lang? Ich kann nur gucken, dass ich richtig lenke. Zu mehr bin ich grad nicht fähig. Ja, ich stehe. Okay. Vertraue mir, wir sind doch von... Wir haben noch Raph zusammengespielt. Ja, ich weiß. Du hast... Oh Gott, da vorne. Gerade zu. Ach, du Kacke. Wir müssen hier links rum. Ja, ich weiß, aber... Das ist... Ah. Oh, das war knapp. Ja, hua. Wow, 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 wow. Fuck, Mann. Entschuldigung. Oh Gott. Oh Gott, wie kann er... Kann er mal gar nicht so schnell schießen? Oh, unser Ding ist gleich kaputt. Wir sind aber auch gleich da. Meinst du? Denke ich. Ja, lass mal auf. Auf, stopp. Okay, warte. Warte, hier oben. Okay. Von wegen gleich da. Ich hatte es gehofft. Oh Gott. Weil es sind wieder solche... Das Problem ist, kann ich immer schießen, wenn die die anvisiert. Ah, da lang. Okay. Oh. Oh, oh, oh. Oh, das war ich jetzt aber nicht. Oh Gott. Oh Gott. Das ist einfach überhaupt nichts. Sie haben von links wahrscheinlich wieder welche kommen. Wir müssen dort geradeaus durch, oder? Ja. Da kamen jetzt keine. Oh Gott. Du müsstest mal, glaube ich, jetzt auch schon mit dem... Okay. Äh, okay. Äh. Okay. Äh. Was soll er? Ich kann halt einfach hier nichts machen. Ich warte. Ja. Gott. Oh, ich sehe nichts. Oh Gott. Oh Gott. Ich hatte. Wir gehen hier am Rand lang. Ich glaube, das ist eine gute Route. Oh, okay. Get to the boat! Oh Gott. Äh. Äh, was? Wie fliegen wir wie Superman hier? Oh Gott. Wir sind drauf. Okay. Das war krass. Oh, oh. Oh, oh, oh. Stopp. Nein, 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 nein. Schaffen wir es vor dem, vor dem... Warte, warte, warte. Okay. Wie hat er? Alter, dieses Spiel, ne? Äh. Oh, ähm. Äh. Tschüss. Oh Gott. War das jetzt so eine gute Idee? Alter, Alter. Was haben wir denn für einen Baum, bitte? Was ist das? Ja. All einen. Deadly Beauty. Jellyfish can be lethal. We better get moving. Look, the light. Let's go. So schön ist es ja irgendwie auch. Ja, wunderschön. Aber was haben wir für einen komischen Baum in unserem Garten? Oder? Ja. Du musst ein bisschen mehr links, oder? Kommen wir da durch? Nee, oder? Ich glaube, wir sind da. Nee. Wir müssen hier lang, oder? Hier links rum? Warte, wir sind Taschenlampe. Nee, wir kommen aber hier nicht durch. Oh, warte, ich muss erst reinschießen. Ah ja, du musst jetzt. Aber wir kommen hier nicht. Was ist denn das hier? Ihh, ich bin... Oh, ich weiß was. Echt jetzt? Oha, das ist schon schön, ne? Das ist schon mega schön, muss ich mal sagen. Oh mein Gott. Ich glaube, die Entwickler hatten richtig Spaß bei dem Spiel, oder? Ich, wie ich letztens schon gesagt habe, ich werde die Welt auch irgendwie mit anderen Augen sehen, weil so auf solche Sachen wie einen Baum achtet man halt nicht. Nee. Aber die, die Entwickler haben dir halt gezeigt, was es für Leben in einem Baum gibt. Ja. So. Das ist schon mega cool. Aber was sind das für kleine, fluoreszierende... Weiß ich auch nicht. Oh, wie schön. Wie schön, dass halt einfach mal alles hier ist. Ja. Hier sind auch die Zeichen. Oh, hier... Oh, das ist der Weg zur Eichel, oder? Also... Zur heiligen Eichel? Ja. Zu dieser Eichel. Ah, hier ist er mir hergekommen, okay. Da fanden auch diese, diese Geräusche hier, so die Musik. Bist du bereit? Das ist ein sehr spiritueller Ort, wo wir hier gerade sind, oder? Ohm. Ohm. Okay, wir sind ready. Das ist... Ey, guck dir das mal an. Oh, Wandmalerei. Oh, so wunderschön. Oh, und dann kam das große... Wird das Eichhörnchen sein? Was ist das hier links? Ich weiß ja nicht, soll das ein großes Eichhörnchen sein, oder soll das die Katze sein, oder? Ein großes Eichhörnchen. Warte mal, die Eichhörnchen haben... ...gekämpft? Gegen... Oh, hier liegt... ...das Viech da. ...das Viech da. Jaja, das meinte ich doch gerade. Wow. Ach, das ist der... Meinst du, das ist der Große? Keine Ahnung. Ah, sie haben gekämpft und dann kamen die Menschen. Und haben alles zerstört. Ja. Wie es halt dann im wahren Leben auch ist, ne? So, und dann... Dann kam ein Kind. Is that us? Ja. Warum kann ich das Klopapier nicht anbrennen? Ich wollte das Klopapier anbrennen, aber das geht nicht. Hä? Guck mal. Und dann kam... Dann kam Klopapier. Die Menschen und die Wespen. Und dann kam das heilige Klopapier. Hä? Äh? Heilige Klopapier, okay. Äh. Dann sind wir hier im Weltraum. Oh, hier liegen die Stifte auf jeden Fall. Und dann haben sie gebetet. Dann haben sie Party gemacht. Pass auf, gleich sind wir irgendwo wieder an der Anzeichnung. Da ist halt eine Anzeichnung. What? Tau. Oh, ich glaube, wir müssen hier lang. Ich sitze hier gerade mit offenem Mund. Ihr seht das ja jetzt nicht, aber... Es sitzt ja einfach nur da und denkt mir so... What the hell? Wie wunderschön ist das bitte? Gibt's in dem... Nee, gibt's halt nicht. Aber wie cool wäre ein Foto-Modus in diesem Spiel. Ja, wirklich. Ich bin sehr froh, dass wir das Ganze im Stream dann nochmal spielen können. Oh, das ist nicht richtig. Ich glaube, ich glaube auch nicht, oder? Doch. Okay, was ist das? Äh. Ich muss A drücken. Uh. Äh. Hi. What the hell? Wie cool ist das denn bitte? Oh, ich habe es, glaube ich, verkackt, oder? Nee. Ich weiß gar nicht, ob man hier runterfallen kann. Weißt du... Jetzt werde ich die blöde Frage nach dem Film. Kennst du Avatar? Ja, so teilweise, ja. Das erinnert mich hier alles an Ava. Das ist ja die Gottheit. Ähm. Bei Avatar. Von den Navi Ava. Und das war auch so ein bisschen so. Das erinnert mich so da dran. Mega cool. Mega cool. Mega cool. Sind wir da nicht hergekommen? Nee. Nee, wir sind von unten. Ja. Okay, auf geht's. Kommst du? Oh, oh, oh. Äh, ich... Angst. Ähm. Ich habe Angst. Wo bist du? Okay, ich bin durchgefallen. Wo bin... Wo muss ich hin? Auf das Vieh, auf das Vieh, auf das Vieh. Oh mein Gott, wie schön. Huh. Äh, das ist ein Koi. Ah, das ist ein Koi. Ah, Neut. Was? Mir war nicht bewusst, dass wir uns hier bewegen müssen. Ja, auch nicht. Ich hatte nur Glück, dass ich nicht runtergeflogen bin. Ey, wie wunderschön ist das bitte? Ich glaube, wir müssen dann bestimmt weiterspringen, oder? Achtung, Achtung! Oh, oh, jetzt habe ich geguckt, jetzt habe ich es nicht gesehen. Oh, ähm. Aber wo sind wir? Das ist ja nicht die Realität. Ach so. Nee, ich weiß nicht, wo wir sind. Okay, wir konnten das jetzt noch nicht irgendwie woanders hin. Oder sind wir sogar in den Gedanken von Rosie irgendwie? Wie? Ich habe keine Ahnung. Was? 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 Ich bin du, Cody! Das ist nicht meine Schuld! Das ist super schön, also. Was? Ja. Okay. Ich mag, dass meine Nase so schief ist. Ja, ist so eine Trommel! Oh, Minispiel, oder? Stempel, Stempel! Oh, okay. Oh, wer? Warte, einer muss rüber, glaube ich, oder? Ja, warte, hier ist Geld. Dann musst du... Bist du nicht Geld? Nee, ich brauche Grün. Ich glaube, es ist egal, wer wo ist. Ja. Ähm. Okay, lass die beweglichen Ziele nicht auf deine Seite gelangen. RS und RT. Hier. Zielen Waffe laden. Was? Schießen? Das ist doch nicht. Ah, du musst halt... Oh, äh. Äh, Susi, du bist so gut! Ja, du auch! Bäh! Ah, das wird nichts! Das übertreibt jetzt hier ein bisschen das Spiel. Okay, eins ist bei mir. Bei mir sind zwei angekommen. Ja, bei mir ist auch eins. Es ist so schwer einzuschätzen, was als erstes da ist. Ja. Ja. Was? 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 Was ist mit ihm geschossen? Nein. Oh, das war knapp. Okay, das ist wieder bei mir. Ja! Ich kann das. Ich hab das jetzt überhaupt die Null einschätzen können. Es ist echt... Ich hab schon mal erzählt, dass ich Probleme mit der Tiefwahrnehmung habe. Das erzählst du bloß. Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Also ich hab wirklich Probleme mit der Tiefwahrnehmung. Ich kann immer schlecht einschätzen, was noch wie weit weg ist. Aber ich hab hier ja auch teilweise einfach nichts gesehen. Ja. Äh. Okay. Gut. Ähm. Haben wir gespielt. Das ist nicht so lustig. Nee. Aber was anderes war hier nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Aber dieses Spiel ist einfach genial. Oh, warum läufst du da drinnen rum? Oh. Weiß ich nicht. Aber wir müssen halt da hinten irgendwie weiter. Ja. Ja, da. Los! Wir wollen den Endboss heute noch machen. Wir wollen aus diesem Baum raus. Wir haben bloß noch 10 Minuten heute. Ah, wir müssen uns beeilen. Nein. Ähm. That looks like an Elevator over there. We have to cross over. Yeah. Okay. But that's a deep pit. Oh, da ist wieder dieses... Okay. Oh, oh mein Gott. Weißt du, da ist auf der ganzen Brücke gefühlt eine Lücke und genau dort springe ich rein. Okay. Äh, wo müssen wir hin? Ja, rüber in die Mitte. In die Mitte. Äh. Oh Gott, ja. Und das von oben. Boah, ich seh nichts. Hä? Hä? Wie war das mit der tiefen Wahrnehmung? Hä? Können wir überhaupt schießen? Ich glaube, wir müssen einfach nur rennen. Nein, wir müssen einfach nur wegrennen. Oh. 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 Ah, ich hab auf dich gezogen. Hey, das ist gemein. Weißt du, du liegst am Boden und dann, du bist da gar nicht aufgestanden und die sägen dich kaputt. Oh Gott. Mann, wir waren so wild. Jetzt wissen wir aber, was wir machen müssen. Only one way out. Ah. They're back with your crazy sauce. Ich finde das hier gerade sehr schwer, weil wir keinen geteilten Bildschirm haben. Ja. Und ich aufpassen muss, dass ich nicht auf dich gucke. Ja. Jetzt muss ich langsam beginnen. Wah. Oh. Oh, ey. Wie? Ich war voll am wegrennen. Ich hab halt Angst, hier runter zu fallen. Ja. Oh. Ich bin drüber gefallen. Oh. Oh. Das ist schon wieder so gemein gewesen. Wir sind Pastorose, glaub ich. Ja, nein. Ich bin so schlecht im Ohr. Wenn ihr mich sehen könntet, ich gehe so mit meinem Kopf immer so... Bei mir ist die Zunge im Einsatz. Links, rechts. Oh nein. Ich muss mich auf mein Manicaken fokussieren. Ah. So langsam. Wow. Bitte. Unten. Rechts. Links. Rechts. Rechts. Links. Mitte. Mitte. Rand. Runter. Mitte. Rechts. Oh. Wir haben's... Wir haben's... Sind wir grad ernsthaft beim letzten Angriff gestorben? Wir können ja aber auch überhaupt nicht gucken mit der Kamera. Wir können nur springen. Also ich kann springen. Wir können sonst gar nichts... Hier, das können wir auch. Okay, jetzt sind wir wieder... Oh Gott. Jetzt musst du schießen. Wir sind gleich oben. Was auch immer das. Oben am Baum. Oh Gott. Wir sind in der Arena. Wir sind in der Arena. Nice. Ich glaub das ist Endboss, oder? Ja. Wie heißt das Käfer? Ich komm grad nicht drauf. Hirsch... Hirschkäfer? Ja. Hirschbock. Hirschbock. Stinkekäfer. Riesenkäfer. Okay. Warte mal, wir müssen erst mal gucken, wie er angreift. Und wen vor allen Dingen? Oh! Er... Oh, okay. Er macht dann... Wenn er so gemacht hat... Aua! Okay, er... Einmal... Er hat dich... Der raucht dich sofort weg. Wenn der dich trifft. Oh, das war... Ja. Das war knapp. Auf dich! Aber wie und wo können wir ihn angreifen? Oh, warte! Müssen wir hier irgendwas mit den Dingern machen? Wahrscheinlich ist es, oder? Ja. Okay, er muss dann hier... Er muss da drauf, ja. Er muss da drauf und dann kannst du schießen. Ach du Kacke! Nee, das heißt du machst die Dinger voll und ich versuch das hier erstmal abzulenken. Okay. Er will mich... Er kommt zu dir, er kommt zu dir. Wow. Ach du! Wie gemein ist das denn, ey! Er macht Angriff! Aber ich springt! Oh! 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 Gott ist voll auf jeden Fall! Ja, aber... Oh! Oh! Er kommt, er kommt dann! Oh! 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 Der kommt hier rüber? Ja, warte! Ich weiß nicht, wer er jetzt... Oh, er kommt! Kommt zu mir. Kommt sie zu dir bestimmt. Oh! Kannst du da irgendwie stehen bleiben? Äh... Ah! Oh, der kommt zu mir. Jetzt! Ich hab gedrückt! Oh Mann! Oh! Ich hab geschopfen! Tut mir leid. Alles gut. Wir kriegen es hin. Kommt er wieder zu mir, ne? Ja. Nice. Kommst du dir? Oh, bleib hier stehen. Nee, er kommt zu dir. Er kommt zu dir. Ja! Wir haben den Dreh raus. Warte, hier ist nicht voll. Wo er jetzt erspringt. Oh Gott. Er kommt zu mir. Warte, er kommt danach zu mir. Warte, er macht Angriff. Jetzt kommt er zu dir. Einmal noch. Er kommt zu dir. Ja! Alter Falter. Tut mir leid, Käfer. Aber glaubst du, das war es schon? Nein, das war es noch nicht. Das ist ein Bosskampf. Warte, 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 warte. Don't kill me. I'm just a beetle. I don't even like the wasps. So why are you on their side? I'm a mercenary. I'm five for any one who pays me food and shelter. What food? Huh? Worms? Slugs? Larvae? No, I'm a vegetarian. And gluten-free. I get paid in nectar. Oh, okay. Well, uh, you know the queen? She has all the nectar. Huh? So if you help us take her down, you can have as much nectar as you want. Oh, I can? Yes, you can have it all. Oh, yummy. Ho, ho. What are we waiting for? Come on, jump on. Aber eigentlich müssen wir doch die Folge beenden. Ja. Wollen wir schnell die Folge beenden? Und in der nächsten Folge geht es hier weiter? Wir beenden jetzt schnell die Folge und dann gibt es einen wilden Ritt in der nächsten Folge. Also bis zum nächsten Mal. Voll eine fiese Cliffhanger. Bis dann. Tschüss. Tschüss.